Hallo liebe Zuschauer, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine leckere Kalamondin-Orangen-Marmelade selber herstellen könnt. Kalamondin-Orangen sind diese kleinen, äh, orangenähnlichen Bäumchen mit den Früchten, die ziemlich sauber schmecken, wenn man sie roh isst. Aber in der Marmelade schmecken sie wirklich sehr, sehr lecker. So sieht das Kalamondin-Bäumchen aus. Insgesamt fast 200 Gramm Früchte waren dran. Die Früchte halbieren, Kerne entfernen und mit etwa der Hälfte der Schalen in den Topf werfen. Mit der gleichen Menge Zucker, also 200 Gramm aufkochen, bis ihr eine Masse bekommt, die so aussieht wie im Video. Also etwas klebrig, zäh. Dann einfach in ein hitzebeständiges Glas füllen und fertig. Herzlichen Glückwunsch und guten Appetit zu eurer selbstgemachten Marmelade.